Moin, EXO hier. Heute wollte ich mal gerne mit euch darüber reden, dass Battlefield kein Singleplayer haben wird und kein Battle Royale zu Release. Singleplayer wird definitiv nicht kommen. Finde ich eigentlich überhaupt nicht schlimm, da ich den Singleplayer in den letzten Jahren bei Call of Duty sowie bei Battlefield eh nicht gespielt habe. Ich stütze mich sofort immer an den Multiplayer, aber da muss man auch bedenken, dass es Leute gibt, die nur offline spielen und für die ist das diesjährige Battlefield überhaupt nix. Dazu kostet die Kampagne, sprich der Einzelspieler, bei allen Shootern immer am meisten. Bei Call of Duty hat der immer am meisten gekostet, so wie bei Battlefield. Durch Synchronsprecher, die Story, etc, etc, die Karten, irgendwelche VIPs, die noch im Spiel sind, beispielsweise bei Advanced Warfare, den Kevin Spacey und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Faktoren, die Kampagne hat immer am meisten gekostet, sprich die haben, logischerweise, man weiß es nicht, ob sie es auch wirklich umgesetzt haben, dass sie die Kosten, diese einsparen, durch die Kampagne vielleicht in den Multiplayer rein investiert haben, aber auf jeden Fall konnten sie sich in der Entwicklungszeit nur auf den Multiplayer fokussieren. Vielleicht ist das auch der Schritt in die richtige Richtung. Einzelspieler weglassen und nur noch auf Multiplayer-Erfahrung gehen. Jetzt fragt euch sicherlich, gibt es denn im Multiplayer irgendwie vielleicht so eine kleine Story oder so nebenbei. Da weiß man auch leider noch nicht so viel, wie sie das umsetzen wollen. Was man bis jetzt weiß, das ist halt die Flüchtlingskrise, dann hast du noch diese ganze Umwelt-Klimasache. Wie sie das in den Multiplayer vielleicht mit Handlungen integrieren wollen, weiß man nicht. Vielleicht durch Audio-Files oder so. Wir warten mal ab. Vielleicht gibt es ja noch einen Koop-Modus, wäre vielleicht auch was cooles, weil es gibt ja immer noch einen Modus, den sie nicht bekannt gegeben haben. Viele Fans hoffen, dass es der Titan-Modus ist. Wäre auf jeden Fall was richtig Geiles. Der Battle Royale wird auch etwas später kommen. Ich schätze mal wie bei Battlefield 5 ein paar Monate später. Ey, die sollen sich ruhig Zeit lassen, macht das alles in Ruhe fertig, dass wir einen geilen Battle Royale haben und nicht so ein Bugfest wie bei Warsong, wenn da irgendwas Neues rauskommt. Wir haben zu Release sowieso echt viel zu tun mit Battlefield, dann kommt noch Call of Duty raus. Also zum Zocken haben wir auf jeden Fall am Ende des Jahres genug. Sollen sie das in Ruhe fertig machen und wie gesagt eine richtige Granate raushauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich fand der Trailer war richtig geil. Ja und diesen Sonntag, sprich am 13. gibt es ein Gameplay Reveal vom Multiplayer und da bin ich auch wirklich drauf gespannt. Natürlich hat man auch schon im Vorfeld ein bisschen was gesehen auf Twitter, geleakte Screenshots etc. etc. Die kann ich hier leider nicht einblenden, aber man hat auch schon im Trailer gesehen, dass sich bei dem einen Soldaten in der Maske oder bei der Brille was spiegelt. Das blende ich euch hier einmal ein und da sieht man auch schon wie das HOD aussieht und dann muss ich euch sagen, das stimmt mit den Screenshots, die geleakt wurden, überein. Könnt ihr euch vielleicht noch mal kurz schlau machen auf Twitter oder so. Findet da sicherlich was bei den bekannten Seiten, die sowas liegen. Charlie Intel, Tom Henderson und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Battlefield dieses Jahr. Kurz noch mal für meine Abonnenten, die aktiv meine Videos schauen. Ich werde immer das machen, worauf ich Bock habe. Ich werde Call of Duty sowie Battlefield machen. Ich werde Meinungsvideos sowie Klassengeils machen. Immer das, worauf ich gerade Lust habe. Wieso soll ich mich in einem Gaming Booster Video quälen, wenn ich da jetzt nicht so viel Lust drauf habe. Ich denke dann kommt auch nur was halbherziges bei raus. Das Thema ist leider sehr kompliziert, deswegen baue ich da noch ein bisschen zu. Ich habe mir da Unmengen an Videomaterial reingezogen. Das ist so ein verwirrtes Thema. Aber auf jeden Fall bleibe ich am Ball. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich bin Exo. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.